hallo und herzlich willkommen zum war wednesday ich habe mich mal wieder für ein spiel world of war tanks entschieden ich glaube nächste woche spiele ich dann was anderes da kam gerade große update jetzt bin ich mal gespannt ob ich da vielleicht ein panzer gekriegt habe wenn ich mal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 habe ich nicht na gut die haben alle dreifach eps gut dann hoffe ich mal dass ich auch gewinne so ich nehme meine zwei würfel und würfel eine zähne wenn das die elfer ist dass der zehn aber gezählte mal von vorne ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so dann starten wir das gefächt und spiel mit den japanern das ist bestimmt ganz witzig oh ich bin der zweitbesten panzer shinu und der gegner hat auch einen shinu aber wir haben den oi das heißt das exp experte keine ahnung so schnell entscheiden links da oben aber wir gehen oben lang wollte mich letztes mal lang gegangen glaube ich da war ich gestorben ich weiß ich weiß das andere map ich sag mal wir gehen um lang und das ist mir so viel freie fläche gefällt mir nicht und zwar paar holster aber wir sind doch noch besser gerammt oh und denn die minimad hat sich geändert der name steht jetzt drauf wer wo ist zumindest was für ein panzer da steht ich kann bestimmt nur einstellen dass da was anderes da steht vielleicht der spieler name ne da geh ich nicht hin die waren hier hin aus sie sie es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe einen mittleren Panzer, ich wusste gerade nicht mehr, ich muss ihn nachschauen. Soll ich runterfahren in der Mitte oder soll ich ihn mal? Normalerweise gehe ich auf dieser Seite mal da oben rein. Ich gehe auch da oben hin. Hätte ja sein können, dass wir einen treffen und der es dann tun. So, jetzt gehen wir erstmal hier auf der Position. Da unter mir ist ein Steward. Jetzt schießt ja die Lili auf mich gleich. Warten bis mein Tarnitz da ist, dann sieht man mich nicht mehr. Hier ist es da. Da ging voll durch Ihre Panzerung. So können wir sie anschießen. Und gute Sachen. Das ist jetzt gefährlich was ich mache. Ein gegnerischer Panzer ist da drin. Die Sau, die kann doch nicht da rein gehen. Mensch. Mensch. Ach, ich bin da runter gefahren. Ha! Ich hab ihn erwischt. Mensch, den wollte ich mir doch gerade schnappen. Naja, egal. Da sind ja noch ein paar Panzer. Wenn ich da hochkomme. Ah! Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer, so weit weg. 1, 2, 3. Da sind aber noch 5 Panzer unterwegs. Oh, hier sind aber noch 4. Das ist ja mal richtig scheiße. Ach, alle sind da unten. Ja. 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 Nein. hin kann doch nicht verarbeiten noch zwei lehnen so schnell zum nächsten kampf zur nächsten niederlage 678 hat das ja was c98 der counter und wolf baby halt dich fest in die ganze menschheit dass der 1000 verlässt obwohl das 1000 haben wir schon verlassen naja es kommt ja noch eins der englische jetzt muss ich rückwärts fahren weil nur rückwärts ist der gut da oben kreuzung fahr ich rein naja nicht in der kreuzung aber zu der kreuzung so oder ich fahr da hin doch auf der anderen Seite? Ne ich fahr da hin los geht´s nja 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 falsche richtung ich vollhorst ich bin schneller rückwärts he he 41 km h ich fliege ja fliegen morgen geht´s los morgen fliege ich in urlaub das wird hoffentlich richtig geil wenn ich liebe kein urlaub naja werde ich ne ich werde mich hier hinten unter den hügel platzieren in diesem busch so dann schauen wir mal wen kann ich abschießen der möchte abgeschossen werden ok bleibt doch mal stehen ach ich habe auf den knopf gedrückt ach das war so ungeduldig ich bin schon so nervös ich brauche meinen zweiten kill heute na ich denke mal der steht immer noch da ich bin mir nicht sicher jetztenga ich buy einem der da zu sehen ist bleib stehen bleib stehen bleib stehen ach Nenno na der Ferdinand der bleibt doch bestimmt stehen ich denke mal hier ist da war er nicht schneller nachladen ich brauche hier so ein turbo boost zum nachladen so schlafe ich hier gleich ein auch nicht getroffen geiler die haben schon viel gekehlt wir haben erst ein das gibt's doch nicht na 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 da müssen doch wieder vorfallen oder nicht und das kann doch nicht wahr sein d hört doch mal auf euch zu bewegen mensch und wartet bis ich munition habe jetzt aber und ja ich habe ihn getroffen gab es keine explosion also habe ich ihn getroffen so 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 schnell danach laden und du bleib mal stehen und nein auch mensch man das kann doch nicht wahr sein bewegte sich einfach weg was für ein lappen müssen das schneller analysieren nicht bewegen sonst wird anders hinaus so ein bisschen und nein 29 naja wenigstens getroffen wenigstens ein bisschen schade gemacht lol ich habe ein kill ich habe aber eingekillt ja ok schauen wir uns noch das christliche Spiel an hier wie der spielt vielleicht gewinnt er ja noch guck mal wer noch gute fahrarbeit geleistet ok das nicht gewonnen war ja knapp gewesen 5 zu 15 ganz knapp so das war es mal für heute ich hoffe euch hat die runde gefallen also mir hat diesmal wieder nichts gefallen aber ist ja immer so wenn ich verliere wenn ich abkacke gefällt mir keine runde ja also dann dank fürs zuschauen ich würde mich freuen dass ihr euch zu sehen bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auch aufhersen tschau tschau